Hey Leute, Willkommen zurück zu Pokemon White. Da ich eh gerade nichts zu tun habe, habe ich mir gedacht, dann nehme ich für heute noch Pokemon auf. Und so, wir sollten uns mit Professor Esche beim Pokemon Center treffen. Oder sagen wir mal vor dem Pokemon Center. Naja, ich glaube die erklären uns jetzt alles möglich hier, dass da ein PC ist, wie man Pokemon heilt und so alles möglich. Ach, ich soll jetzt mal Pokemon heilen. So, das war's, zu sehen! So, das war's, ja. So. Was ich aber gut finde, dass die jetzt so einen Mark im Pokémon Center mit drin haben, anstatt immer so ein extra Haus dafür. Muss ich noch was machen? Belle, willst du irgendwas schon wieder? Ist es nicht heiß mit diesen Anzügen, was wir da anhaben? Das ist nicht heiß. Das ist nicht heiß. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Okay, dann fangen wir, ähm, ich glaube, N, oder sagen wir, ich weiß, dass N ist einer unserer weiteren Rivalen und so. Mit denen haben wir öfters was zu tun. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Hey, ich hoffe, dass jetzt kein Trank einweichen. Ich hab mir keinen Trank gekauft. Ja, jetzt kann Trank ein, das ist gut. Na ja, ein bisschen hat er ja auch schon recht, wenn man die Pokémon in diese Pokébälle, ähm, reintun, müssen die doch auch irgendwie einsam oder so sein, keine Ahnung. Ist ja halt, wie ein Käfig, man ist eingesperrt. Und man kommt ja eigentlich nur raus, wenn man gerufen wird. Soll ich dir noch schon mal ein Pokémon heilen? Und dann erkunden wir mal die Stadt, sag ich mal, ne? Ja, ja. Hab ich dich hier schon angesprochen? Ach so, okay. Okay, dann gehen wir mal shoppen, ne? Pokéball, oh, ich kann nur Trank holen. Okay, davon hol ich gleich mal, sag ich mal, sechs Stück, ja. Ich spreche dich einfach mal jeden hier an. Weil manchmal ist es immer gut, hier die Leute anzusprechen, weil ihr immer, ähm, Items, Game, Pokéball, alles mögliche halt, was man immer gebrauchen kann. Wie gesagt. Oh, shit. Oh, shit. Ich fang an auf die... Ach so, okay. Nochmal. Das Mädchen nimmt immer Wasser. Warum braucht man eigentlich eigentlich... Oder? Krieg ich was? Okay, das war's. Ich will unbedingt den Turbo-Treter-Charme. Ich mag das nicht, wenn man zu langsam geht. Aber ich mag es auch nicht, die Speed-Taste einzursetzen, das ist alles so schnell. So, gehen wir hier mal nach oben. Da sieht man auch schon die Landschaft ein bisschen, was auch schon aussieht. Okay. 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 Ich glaube hier gibt es ja Häuser, irgendwie. Ne, da unten war ich ja schon da links, also ich glaube hier gibt es nichts mehr zu machen. Oh, wir sind jetzt schon hier. Ok, da klingelt mein Telefon, ich nenne es mal Telefon. Ey, die ist hinter mir und die ruft mich an. Ja, wir haben endlich die Turbo-Dreaders bekommen. Ähm, ich glaube hier werde ich auch nachher oder gleich. Wenn ich off-screen oder wenn ich den Part hier beendet habe, habe mein Pokémon erstmal auf ein paar Level-Turnieren. So zwei, drei Level. Und hier könnt ihr sehen, was es für Pokémon gibt. Ja, du hast ein paar Sachen gewonnen. Ich bin hier schlecht. Ich hab mir jetzt 7 KT abgezogen. Oh, Level 9. Ich bin gerade nur einen Schritt gekommen, was ist. Es kommt gleich wieder ein Pokémon. Oh, man, ich bin gleiches. Oh, das ist ein Fahrrad. Ich bin relativ schnell und ich bin relativ schnell. So, ich werde erstmal hier den Part beenden, dann werde ich offscreen Pokémon trainieren, also mein Pokémon, vielleicht fange ich mir noch so Nagel-Ods oder wie das heißt, so als Vm und so, also als Vm-Pokémon, das wollte ich euch schon mal sagen, aber mal sehen, ne? Also ich bin hier, ich bende hier den Part, ciao!